hallo und herzlich willkommen zurück auf dem kanal ich hoffe ihr habt einen tollen tag ich habe einen super tag grund dafür seid ihr und zwar heute sind wir 100 abonnenten alt geworden da ist die 100 ja mit dem kuchen ich würde euch allen am liebsten ein stück abgeben allerdings ist das nicht möglich nichtsdestotrotz einmal auspusten und auf die nächste null auf die nächste null die hinten ran kommt ja nicht nur die nullen die im video zu sehen sind und weil ich das natürlich auch sehr sehr lustig finde dass wir mittlerweile 100 leute sind und 100 leute sich regelmäßig den quatsch angucken den ich hier verzapfe wollte ich mal eben zwei drei sachen loswerden ich habe jetzt keine rede geschrieben nein ich habe so zwei lustige sachen mal rausgesucht zum einen das meistgesehene video auf diesem channel ist aktuell also wir reden hier von dem 10 september 2019 20 uhr 27 ist es das karfreitag 2019 video am nürburgring mit 5567 aufrufen und das am wenigsten geklickte sind aktuell leider zwei videos und zwar einmal achtschenkel revidieren part 4 und einmal das canon ew 63 c unboxing video also das sind die beiden die jeweils nur 21 aufrufe haben also damit ihr mal ungefähr so verhältnis habt von dem was gerne geguckt wird und was nicht so gerne geguckt wird ja und natürlich wollte ich mich bei euch allen herzlich bedanken also es kommt noch irgendwas großes ein special ich weiß es noch nicht ganz genau ich muss mir da noch irgendwas ausdenken weil die 100 jetzt doch schneller da waren als ich das gedacht habe und ich bin mega happy also ich bin wirklich super super stolz drauf ich hätte nicht gedacht dass wir das so schnell hinkriegen immerhin sind es jetzt sieben monate sieben monate bin ich auf youtube und immerhin in dieser zeit 100 abonnenten 111 abonnenten tut mir leid den ein wollen wir nicht vergessen also 101 abonnenten man sieht es vielleicht da oben ja 101 abonnenten und was heißt das jetzt in der praxis also bei 100 abonnenten oder ab 100 abonnenten habe ich eine custom url das heißt immer wenn ihr mich jetzt sehen wollt oder den kanal sehen wollt teilen wollt wie auch immer könnt ihr das folgendermaßen machen auf youtube.com da habt ihr einfach das ganze dann direkt verlinkt mit dem kanal heißt also ich habe nicht mehr so eine ellenlange adresszeile sondern es ist nur noch garage 8 hinten dran und von daher das ist natürlich auch super und ich hoffe da kommen noch ganz ganz viele nullen hinter die 1 ja also ich freue mich super mega und das ist heute nur so ein kleines special video also ich werde jetzt noch lecker kuchen essen ich bedanke mich sehr herzlich bei euch und morgen gibt es dann wieder ein eon 6 video dann gibt es ein bisschen wieder material zum gucken was auch wirklich was mit autos zu tun hat und wie gesagt ich lasse mir noch was einfallen für ein special vielleicht eine verlosung oder sowas ich muss mal schauen und dann würde ich sagen wir sehen uns dann beim nächsten mal bis dahin ciao oder habe ich noch irgendwas vergessen habe ich noch was vergessen okay du sponso pass auf kommando zurück wir haben was wir haben was was wir verlosen können ja und zwar ich mache ich erhöhe sogar ich erhöhe sogar ich erhöhe sogar ein 25 euro amazon gutschein wird verlost dann unter den abonnenten ich muss nur mal schauen wie das am besten und am gerechtesten ist also ich muss mir da mal irgendwie möglichkeiten der verlosung angucken ich werde euch das dann auf jeden fall noch mal in einem separaten video sagen damit ihr dann noch mal auf dem neuesten stand seid wie gesagt es wird wahrscheinlich eine gutscheinverlosung geben 25 euro amazon gutschein jetzt aber genug gequatsche bis zum nächsten mal ciao